hi und herzlich willkommen zum heutigen video mein name ist andre ich bin zertifizierter hundetrainer und verhaltensberater und von der online hundeschule deine-hundeschule.com das ist meine hündin wolke und heute geht es um drei möglichkeiten euren hund zu belohnen wenn ihr nichts mitgenommen habt das heißt ihr habt kein spielzeug dabei ihr habt keine leckerchen dabei und möchtet euren hund trotzdem belohnen wenn er etwas richtig gemacht hat ich war mit wolke heute morgen in den bergen in den wäldern hier in spanien habe ein paar video sequenzen aufgenommen und die zeige ich euch jetzt so wir starten das ganze mit möglichkeit 1 und zwar das ist lobbelohnung über stimme ich pushe sie dann richtig das heißt ich rufe dann fein super toll machst du das kommt weiter und das belohnt sie super intensiv das ganze hier haben wir belohnungsmöglichkeit 2 und zwar streicheln und oder rangeln mit dem hund das heißt wenn sie kommt streichel ich sie in der brust richtig ja intensiv durch ich range so ein bisschen mit ihr das mögen einige hunde total gerne geradezu körperlich betonte spieler die mögen das es gibt auch hunde die mögen das gar nicht da sollte man dann eher darauf verzichten und nur streicheln so zu guter letzt belohnungsmöglichkeit 3 und das ist ein rennspiel einer meiner favoriten mache ich total gerne liebt wolke ohne ende das heißt ich renne vor ihr weg wenn sie was wenn ich sie abgerufen habe zum beispiel oder wenn sie irgendwas gut gemacht hat und ich möchte sie belohnen starte ich ein rennspiel mit ihr sie rennt hinter mir her ist in der regel total animiert und es belohnt sie dann entsprechend stark so ich hoffe das video konnte euch weiterhelfen falls ja gebt uns den daumen nach oben für mehr videos von uns abonniert den kanal besucht uns gerne mal in unserer online hundeschule auf www.deine-hundeschule.com und bei instagram dann hören und sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin und liebe grüße tschüss euer andré und wolke bis dahin und liebe sie ist noch auf sich und